Der DVW e.V. Gesellschaft für Geodäsie, Geoinformation und Landmanagement ist seit über 150 Jahren der Berufsverband Nr. 1 für Geodätinnen und Geodäten in Deutschland. Über 150 Jahre ehrenamtliches Engagement für berufliche Bildung, berufsständische Interessensvertretung und den wissenschaftlich-technischen Fortschritt. Unsere 6.700 Mitglieder sind in 13 Landesvereinen organisiert. Als DVW veranstalten wir nicht nur jährlich die weltweit größte Kongressmesse Intergeo, sondern bieten unseren Mitgliedern auch ein professionelles, nationales und internationales Netzwerk, befassen uns mit fachlich relevanten Fragestellungen in unseren acht Arbeitskreisen und drei Foren, bieten Fortbildungsangebote in Form von Seminaren, Workshops und Talks der gesamten Branche an. Unsere traditionsreiche Fachzeitschrift ZFV, der erste Jahrgang war 1872, und die DVW-Schriftenreihe sind hoch angesehen und werden den Mitgliedern kostenlos digital zur Verfügung gestellt. Zu den übergeordneten Themen unseres Faches beziehen wir Kompetenzstellung, oft gemeinsam mit unseren Schwesterverbänden. Die Werbung für den Berufsnachwuchs ist uns in Zeiten des Fachkräftemangels ein besonderes Anliegen. Wir sind Mitinitiator der Webseite Arbeitsplatz Erde und der Social-Media-Kampagne Weltvermesser. Besuchen Sie unsere Website www.dvw.de. Wir freuen uns auf Sie! Wir freuen uns auf Sie! Vielen Dank.